Herzlich willkommen zurück zu Warhammer 40k Darktide. Heute ist der Veteran dran, der gute Fabius muss in die Schlacht ziehen und auch der kann sich vor Ketzerei-Missionen nicht drücken. Das bedeutet, wir spielen jetzt eine Ketzerei-Mission. Oh ne, dass man nichts sieht, da hab ich echt keinen Bock drauf. Was machen wir denn? Ich mach mal das hier. Ich hab spontan keine Ahnung wie das endet. Aber was soll schon schief gehen? Ja Veteran, diesmal spiele ich den mit einer Boltpistole und einer Kettenaxt, also ein bisschen was anderes als beim letzten Mal. Und bin mal gespannt wie ich mich damit schlagen werde. Also der Boltpistole ist super gegen Spezialisten und Monster und alles was groß ist. Die Kettenaxt habe ich noch nie so richtig gespielt. Ich hab's mal ausprobiert. Am Anfang hat's mich ein kleines bisschen gestört, dass ähm... Dass der nicht so durch die Horden durchschwingen kann, wie die Schwerter. Aber was soll's. Ich nehm' sie einfach mal mit, probier' sie aus und guck' was passiert. Was soll schon schief gehen? Ich hab' diesmal auch diesen... Ich hab' diesmal auch diesen... Ja, diesmal hab' ich auch nicht diesen... Ich hab' vergessen wie's heißt. Heute hab' ich den Befehlsruf dabei. Dass man Gegner um sich umschleudert. Ich hoffe einfach mal auf Ketzerei, wenn mir da einer aus den Latschen kippt. Dass mir das genug Zeit verschafft, um die Person aufstellen zu können. Aber mal gucken. Wir haben auch einen Ockring dabei. Wenn der den Tank macht... Ich hab' jetzt gar nicht geguckt, was er dabei hat. Aber es ist nicht schlecht, so einen Krügelknaben dabei zu haben. Wir haben auch einen Level 23er dabei. Ich weiß nicht, ob man... Also, das sind so Sachen, die kannst du überhaupt nicht einschätzen. Noch nicht. Aber ich weiß nicht, ob man mit Level 23 schon... ähm... ...Ketzerei-Missionen machen sollte. Aber das wird sich zeigen. Ob das ein Erfolg wird oder nicht. Nein, Laurier! Nur Kälte und Rezidivisten! Geh' für den Zentrum von Ragtown. Da wird ein Elevator auf dem Weg. Oh, und da geht's auch schon los. Oh, und da geht's auch schon los. Gut. Boah, ich mag den Bolter so sehr, ne? Ich muss mal gucken, ob ich mit dem ein bisschen... ...Munitionssparen da umgehen muss. Und ob das so in Ordnung ist, wenn ich mit dem... ...einfach... ...rausschieße. Boah, es dauert einfach so lange, bis er das Ding in der Hand hat. Oh no. Ich guck mal an den Trant. Ich guck mal an den Trant. Da kriegt halt alles, ne? Das ist absoluter Wahnsinn. Aber wenn man irgendwie aufgehalten wird, so wie eben... ...klingt das halt auch nicht so viel. Aber... ...es ist nichts passiert. Es ist noch nichts passiert. Was ist da oben oder unten rum? Ich glaub, oben rum, ja. Schießen wir nochmal zurück. Schießt er auf mich und dreht sich einfach um, als wär nix gewesen. Ne, Freundchen. So, machen wir das in Ordnung. So, wo sind wir denn? Ja, ist schon cool. Boah, was trifft mich denn da die ganze Zeit? Der hat mich grad... Das war dumm von mir. Der hat schon Deckung gehen müssen. Der hat mich grad einfach aus dem Latschen geschossen. Das war ein Gunner da drüben. Ich neige dazu, eine unfassbar langsame Reaktion... Was war denn das? Eine unfassbar langsame Reaktion zu haben, wenn ich schon Bolt er dabei hat. Was ist denn mal die Nahkampfhafte in der Hand hat? Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber... Ist noch relativ neue Waffe für mich. Ein, zwei Runden hab ich damit noch gemacht und es war's. Der bleibt den Platz mal Werfer, wenn wir auch mal ausprobieren. Der gefällt mir auch immer sehr gut. Auch ein Shotgunner. Boah, ich geb schon wieder so... Oh nein, Lata! Oh Gott! Oh Gott! Ah, nein! Ich schmeiß hier noch eine Granate auf mich, der Sauhund. Und ich frag mich noch, ob er 23er hier was verloren hat. Ich hab grad das erst gefühlt. Ich hätte hier nichts verloren. Hör doch mal auf mit den Granaten! Ich komm doch hier gar nicht weg! Das ist doch alles Scheiß! Mann! Leute, es tut mir leid. So. Jetzt hier zurückgeschlagen. Verbrochen. Oh Gott! Das sind schon wieder so viele. Schlaf noch fertig, naja. Das dauert sehr lange. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich geh mal zu der... ...Medic Station da vorne. Aber der Okrin hat auch schon gut auf die Fresse gekriegt. Ich bin ja der Einzige. Nur der ist halt... ... noch nicht umgefallen im Gegensatz zu mir. Ja. Na ja, wir haben es ja schon einen Sniper rausgenommen. Damit bin ich schon sehr zufrieden. Ich höre einen Demon-Host. Grundsätzlich wäre es ja nicht unbedingt ein Problem mit zu killen, glaube ich. Teil vom Schaden her, den wir dabei haben. Aber ich muss jetzt auch nicht unbedingt Kraft anlegen. Das ist ja ein Fresse-Sticker sein. So, das muss ja ein Fresse-Sticker sein. So, das muss ja ein Fresse-Sticker sein. Oh mein Gott! Wo habe ich mich da schon wieder reinmanövriert? Ah, und da ist der Demon Horse. Okay, dem gehen wir mal schön auf den Weg. Ich will ganz sicher nicht schuld sein, dass er getriggert wird. Können wir den durch den Boden schückeln? Okay, dann haben wir schon tot. Alter, Plasma-Werfer ist halt wirklich schon krass, ne? Einen hab ich getroffen. Oh nein. Das mach ich nur. Okay, ich glaub, die Situation hab ich ganz gut gelöst. Lad mal bitte das Ding an. Das ist ein riesen Ungewöhn. Ich hatte vorher immer dieses Kundschafter-Laser-Gewehr. Was halt insgesamt sehr, sehr schnell ist. Sowohl der Beschuss an sich, als auch Waffenwechsel und Nachladezeiten usw. Der Polter ist halt jetzt so, ist absolut durch die Gegenteile. Aber ist alles Übungssache. Das kriegen wir alles schon hin. Munition könntest du jetzt, wenn sie mal gebrauchen. Aber ich hab jetzt, seit meinem Dilemma vorhin, kein Schaden nehmen. was ich auch hab. Ich hab jetzt noch gebrauchen. Ich habe jetzt noch ein Schaden 2001. Oh, das war ja so. My God. Eben hab ich schon gedacht, jetzt ist es vorbei Ich fliege da runter und das war's Oh nein Schlatt mal nach Okay, die sind einfach alle schon tot Bin ich zufrieden mit Ich hab mal die Munson genommen Okay, auf geht's Ach, jetzt geht ihr auf das Fass Jetzt, wo ich daneben stehe Ich hab meine Fähigkeit in meinem Befillshof noch kein einziges Mal benutzt Okay, das scheint mir eine ganz normale Horde zu sein Dann geh ich einfach mal mit rein Zerhack die ein bisschen Ich glaub ich muss mich einfach für eine Pakt Gedanken verabschließen Nur stumpf zu schießen Ich muss anfangen blitzende zu werden Auf Ketzerei Weil ich werde im Leben noch genug Munition haben Und alle Gegner über den Augen zu schießen Dafür kommt da einfach viel zu viel Hätte sogar sinnvoll Den Volker benutzen können Hab's aber nicht getan Ist okay Niemand ist gestorben Einer ist einfach verletzt Oh Gott Der war schon bald mal da Ja, er ist da Ich muss sagen, die Kettennax macht schon auch Laune Es fühlt sich anders als Kindschwert Aber es macht Laune So Schauen wir mal, wie es weitergeht Diamantin Ich sehe es ganz genau Ich möchte es haben Und auf geht's Sollte vielleicht schon unbedingt der Erste sein, der da rausstürmt Entschuldigung, das ist Diamantin Hier ist noch eine ganze Menge Munition im Rahmen Leider müssen wir zündigen, nehmen wir noch nicht so Habe ich kein Problem mit Shit Ja, ich schlag lieber mal nach Das sieht mir nach Glück nach Gewolter aus Okay Ist schon mal tot Boah, ich wackele aber auch Ne, ich muss da in Deckung gehen Die da oben triggere ich jetzt erstmal nicht Oh, die Muni-Kiste Die nehm ich Na, da nehm ich die Haltungs-Kiste mit Okay, ich nehm gar nichts mit Ist schon okay Aber da kann ich mich hier mal ausballern Damit dann die Muni wiederholen Das Idiot Das hätte ich hier benutzen sollen Um den aufzustellen Net daneben, wo kein Weg mehr ist Ich steh jetzt noch mal zu der Muni-Kiste Ich hab keine Ahnung mehr, wo die steht Doch, ich weiß noch, wo die steht Ich wollte doch mal auch auf mich zu schießen Die ganze Zeit, Mensch Noch, scheiße Jetzt kommt denn da hinten schon wieder für eine Patrouille angelaufen Jetzt rauscht das Medikid auch nicht mehr Okay, jetzt muss ich zur Jetzt muss ich zurück Jetzt muss ich die Muni holen So, Freunde, ich bin gleich wieder da Ah, die haben den auf jeden Fall schon fast wieder tot Ah, gut Ich bin da Ich bin da Ich bin da Topfren ist down Bunt ist down Gar kein Problem Ich würde jetzt gerne nochmal dahinter laufen Und Munition holen Ah, da kann sie rüber treiben Das passt schon Ich sah einen Scharf schützen Ich weiß noch ganz wo Aber ich hab den Laser gesehen Ah, da oben Oh, oh Seht ihr, das meine ich Wenn man mal eben schnell Für so eine Situation, dass sie so ein Spezialist ist oder so Mal schnell die Waffe messen will Und mal schießen will Braucht der Bolter schon verdammt lange Bis man den in der Hand hat Aber gut Bisher ist es schief Ich kann mal eine Granate mitnehmen Die Fünfte Spannmüter, glaube ich, von alleine wieder auf Ich müsste es schiefen können Engaging critical target Elimination Fremd Oh, what Rachel's nukeride Missed my Wump Ranger eliminator Ha, Bombers had it Dead Ranger Die haben wir Weiter geht's Schon wieder Mutant Zwei Mutanten Aber gar kein Problem Für unser Bolter Beziehungsweise Die Bolter Das ist sehr Tritt sogar Nur Und dann laden wir mal Dann geht's weiter I can't help it, you're scaring me! I can't help it, you're scaring me! Look, until the first shot came, the guy was just dead. I can't help it. 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 I will be there in the middle. We can't help it. Das ist nicht so der Scharfschütze gewesen, ich soll. Und nachladen. Ich benutze meine Fähigkeit zu sinken. Ich bin alle dran. Dann werde ich das auch tun. Dann nehme ich mir jetzt einfach fresh. Aber scheiße! Ähm... Ups. Also... Ich nehme mal an, ihr glaubt mir... ...dass ich... ...nettes Faster sehen wollte, sondern den Gegner. Aber das ist wie so ein kleiner Auto, ey, wenn man... ...waffe aktiviert. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Die Fakten sind voll, die Munition nehme ich mal. So. Wollen wir mal gucken. Ist irgendwas? Ist ein Muni? Irgendwas? Egal. Weiter geht's. Zum großen... Zum Korfinale. Wie die automatische Säuberung. Oh oh. Da. Da. Springe ich jetzt nicht runter. Ich war kurz bevor da runter zu springen. Aber da wird mir zu viel geschossen. Die schießen mich einfach ein bisschen wieder aus dem Latschen. Wenn ich jetzt alleine da runter geh. So. Ich schlage jetzt mal nach, solange ich noch kann. Oh, wir sind gerne. So. Wenn man die Zeit zum Zählen hat... ...das ist alles überhaupt kein Problem. Die Zeit hat man halt immer. Vor allem nicht. Auf diesen Schwierigkeitsgrad. Vielleicht stelle ich mich auch einfach nur an. Ich weiß es nicht. Sagt ihr es mir? Aber so fühlt es zumindest an. So. Nein. Ich habe doch schon zugeschlagen. Oh nein. Ich hab doch mal einen Hitmarker von meinem Kahnaufer gekocht. Hat irgendjemand Heilung dabei? Das wäre ja bombastisch. Warte, schluss irgendwann nach. Sehr, sehr, sehr langsam ist das Teil. Ich weiß, keine Erauthenten. Nicht wahr, Herr Sазыв. fame. Die Spiegelverhöhung in meinem Haus energia! Die Spiegelverhöhung in meinem Haus. Die Spiegelverhöhung in meinem Haus. Die Spiegelverhöhung dafür! Nein, ich wollte gerade sagen, der Sniper hat auf mich nicht erwischt. Vor allem, solange der noch lebt. Ja, keine Ahnung. Wie soll ich denn aus so einer Nummer wieder rauskommen? Mein Befehlsruf ist dieses... Ah, scheiße. Wir sind tot. Oh nein, wir sind tot. Oh nein, wir haben es nicht geschafft. Oh nein. Ich sollte vielleicht Snowy Logos erstmal auf anderen Schwierigkeitsstufen ausprobieren. Um dann zu wissen, wie lange es dauert, bis ich die Waffe zum Bolter wechseln, dass ich weiß, wie sich eine Kettenachse verhält im Vergleich zum Kettenschwert. Oh nein. Dadurch, dass der Rest jetzt hier drauf rügelt, kann das jetzt ganz schön lange dauern. Ah, da kommt der Rindersatz. Aber wenn er den Pox-Burster-Angriff jetzt überlebt hätte, dann wäre der Hund unten gewesen und er hätte das noch machen können. Ah, da war mein Befehlsruf nicht ready. Erst benutze ich schon die ganze Runde gar nicht. Und dann... Na ja, es war nicht unnötig benutzt, finde ich, als ich ihn benutzt habe. Verfluchter Mist, das ärgert mich jetzt. Na gut. Dann probiere ich den Bolter beim nächsten Mal erstmal in einer leichteren Mission. Versuche ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich das Ganze verhält. Vielleicht kombiniere ich den Bolter auch nicht mit der Kettenachse, sondern mit einem Schwert zum Hordenschnetzeln. Und den Bolter für Elite-Gegner. Vielleicht ergänze ich das Ganze ein bisschen besser. Ja, ich lerne dazu. Ich lerne dazu. Das gehört alles dazu. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mal auf dem Dugteil sehen wollt. Ja, schreibt mal eure Meinung zu dem Elend in die Kommentare. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.